Willkommen zu einer neuen Sendung, diesmal mit Georg Pölzl. Wir sind hier in der Postzentrale und er ist der längst dienende Postchef. Er übergibt im Oktober an seinen Nachfolger Walter Oblin, den bisherigen Finanzvorstand der Post. Wie fühlt es sich an demnächst Pensionist zu sein? Sie waren ja immer hochaktiv, sind aber bereits 67, was man ihnen natürlich nicht ansieht, aber haben das gesetzliche Pensionsantrittsalter schon überschritten? Ja, also ich habe mit dem Ausdruck Pensionist ganz offen gestanden ein gewisses Problem, aber deswegen, ich sehe das als neue Lebensphase, in die ich eintreten werde. Mit anderen Aufgaben, mit Zeit für Dinge, die bisher vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind. Aber ich habe schon viele Pläne, sowohl freizeitmäßig, aber auch im Sinne einer sinnvollen weiteren Beschäftigung. Das heißt Aufsichtsräte, in Aufsichtsräten werden sie wahrscheinlich aufsitzen. Ja, ich habe schon in der Vergangenheit die eine oder andere Nebentätigkeit gemacht und das werde ich weiterführen, ein bisschen intensivieren, aber auch nicht übertreiben. Also ich freue mich auch auf viel Zeit für Segeln, einmal Turns zu machen, die man sonst in einem normalen Urlaub nicht untergebracht hat in der Vergangenheit. Jetzt sind Sie ausgebildet an der Montano Universität. Rückwirkend gesehen, wie sehr ist das auch eine Kaderschmiede und ein Netzwerk? Also das Netzwerk ist da nicht so entscheidend. Ich glaube, was sehr entscheidend ist, ist die technische, naturwissenschaftliche Grundausbildung. Also ich habe das immer wieder erlebt und nicht zufällig sind alle Postvorstände, sind Ingenieure, also Naturwissenschaftler, aber auch in der Unternehmensberatung. Aber warum ist das wichtig für die Post? Weil man da einfach logisch denken lernt. Ja, war das nicht, wenn man Geisteswissenschaft macht? Da lernt man was anderes vielleicht, aber lernt man es vielleicht auch. Aber zum Beispiel, wenn man, ich möchte jetzt kein Studium nennen, aber in dem Ausmaß strukturiert und logisch zu denken, wie in einem naturwissenschaftlichen Studium, lernt man das wahrscheinlich in keiner anderen Disziplin. Also weder in der Juristerei, da lernt man ganz andere Dinge. Also das ist wichtig. Wie gesagt, auch in der Unternehmensberatung bei McKinsey waren immer mehr als 50 Prozent Naturwissenschaftler und die Betriebswirte waren eher in der Minderheit. Sie haben jetzt das Stichwort McKinsey genannt, Sie und interessanterweise auch Ihr Nachfolger. Sie haben begonnen als Junge bei McKinsey, bei dem Unternehmensberater. Das ist natürlich eine harte Schule und das sind quasi, wenn man polemisch spricht, diese unsympathischen jungen Herren in den weißen Hemden und schwarzen Anzügen, die selbst bei diesen Temperaturen nie schwitzen und die für die unangenehmen Botschaften zuständig sind, die sich der Geschäftsführer vielleicht nicht so gern der Mannschaft zu sagen traut. Das ist manchmal Beweggrund für das Engagement eines Beraters. Also ich persönlich habe das immer für eher ein Zeichen der Schwäche gesehen. Es ist einfach eine sehr, sehr gute Schule. Also als Naturwissenschaftler, als Techniker, ich hatte von Betriebsführung keine Ahnung und das lernt man dann intensiv in den sechs Jahren, die ich bei McKinsey verbracht habe. In Arbeitszeit waren es wahrscheinlich mindestens zwölf, aber weil man ja wirklich extrem viel arbeitet, es wird auch extrem viel abgefordert, aber man lernt natürlich auch sehr viel. Und deswegen haben wir auch im Haus einige Ex-McKinsey-Berater. Wenn die dann menschlich auch noch in Ordnung sind, dann weiß man, dass man hier gute Leute an der Hand hat. Haben Sie selbst je Berater in Anspruch genommen in der Post? Wir nehmen Laufwandberater in Anspruch für ganz dedizierte Aufgaben, wo wir teilweise die Kompetenz nicht im Haus haben oder gerade die Ressourcen nicht haben, zum Beispiel für Due Diligences oder wenn wir neue Geschäftszweige überlegen, wie es zum Beispiel im Fall der Bank 99 der Fall war oder auch gerade jetzt haben wir wieder so ein Projekt, wo die Kompetenz im Haus nicht vorhanden ist. Die holen wir uns dann und versuchen dann aber schon, wenn wir uns entscheiden, in eine Richtung etwas zu entwickeln, die Kompetenz zu holen. Die Bank 99 hat wahnsinnige Anlaufschwierigkeiten gehabt. Läuft das jetzt? Und war es wirklich notwendig, als Post eine Bank zu gründen? Ja, ich glaube, wir fanden das strategisch für notwendig. Die Post war immerhin 140 Jahre lang Vertriebspartner der Postsparkasse, die nie der Post gehört hat, die von der BAWAG dann übernommen wurde und die BAWAG hat sich dann aus ihrer strategischen Sicht entschieden, auf das Filialgeschäft zu verzichten. Die lange Partner war mit Ihnen? Genau. Die lange Partner waren dann ein sehr guter Partner, aber bis Sie dann gesagt haben, wir brauchen die Postfilialen nicht, wir setzen jetzt viel stärker auf digitales Geschäft. Und dann standen wir vor der Wahl, entweder kein Finanz-Service mehr anzubieten nach 140 Jahren oder eben eine eigene Bank zu machen. Wir haben uns dann dafür entschieden, eine eigene Bank zu machen, hatten das ursprünglich in einer etwas anderen Form vor. Und das ist dann das, was Sie angesprochen haben mit Schwierigkeiten. Das hat sich dann ganz anders entwickelt, als wir es uns vorgestellt haben. Aber schlussendlich sind wir am 1. April 2020 an den Start gegangen. Wir können uns alle gut erinnern, was da war. Das war der erste Lockdown. Also auch das war äußerst unglücklich, aber auch das hat niemand am Schirm gehabt. Und trotzdem hatte dann die Bank nach einem Jahr 100.000 Kunden. Sie wächst auch zur Zeit. Wir hatten dann auch die Möglichkeit, die ING, das Österreich-Geschäft ING zu übernehmen. Das war ein großer und wichtiger anorganischer Wachstumsschritt. Und heute sind wir jetzt noch dabei und damit beschäftigt, die beiden IT-Systeme zu integrieren und alle ING-Kunden auf das Kernbankensystem der Bank 99 zu migrieren. Das soll bis zum Jahresende erfolgen. Aber trotz dieser Ablenkung und dieser Schwierigkeiten wächst die Bank. Wir gewinnen netto laufend Kunden dazu. Das Bilanzvolumen weitert sich aus. Also die Bank ist sehr gut unterwegs. Operativ hätten wir den Break-Even auch schon erreicht. Allerdings sind diese Kosten von zwei parallel geführten IT-Systemen, zwei parallel geführten Organisationen zur Aufrechterhaltung der Systeme und die Migrationskosten. Das sind einmalige Kosten, die wir dann nach der Migration schrittweise abbauen werden. Und wann ist dann der Break-Even geplant? Ich hoffe, dass wir ihn dann im nächsten Jahr, spätestens im übernächsten Jahr sehen. Das kommt darauf an, wie schnell es uns gelingt, dann die operativen Mehrkosten auch abzubauen. Und das hängt natürlich auch immer von der Entwicklung externer Faktoren wie der Zinslandschaft ab. Und die Banken haben natürlich jetzt gut verdient. Die Banken hatten viel Rückenwind. Das hat auch uns finanziell sehr geholfen. Wie gesagt, auch so konnten wir operativ den Break-Even praktisch schon erreichen. Aber diese Zusatzkosten haben uns da ein bisschen das Ergebnis verhagelt. Aber wir haben mit Anlaufkosten gerechnet und ich bin in Summe sehr zufrieden. Das Glas könnte natürlich immer voller sein als halbvoll. Aber ich bin zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Und das war wirklich eine ganz, ganz schwierige Übung. Das war wahrscheinlich das schwierigste Projekt in meiner beruflichen Karriere. Haben Sie jemals eigentlich in Ihrer beruflichen Karriere einen Shitstorm erlebt? Einen richtigen Shitstorm habe ich zumindest so nicht wahrgenommen. Erlebt habe ich schon. Sie haben Personalabbauprogramme natürlich. Ja, genau. Das war wahrscheinlich das Härteste. Genau. Genau. Ich habe dann einmal ein Interview in einer Bolivar-Zeitung gegeben. Und das wurde dann sehr schlecht oder wurde sehr kritisch bemängelt. Ich habe den Vorteil, ich lese das dann nicht. Ich tue mir den Gefallen und beschäftige mich mit so negativen Dingen nicht, weil ich die Energie einfach nicht brauche, diese Negative. Das heißt, ich ignoriere das dann. Und dann ist es auch wieder vorbei. Sehr vernünftig. Jetzt gab es einmal den bösen Spruch, wer nichts ist und wer nichts kann, der geht zur Post oder zur Bahn. Den hört man eigentlich kaum mehr. Also Sie haben offenbar die Post erfolgreich umgekrempelt und auch diese Beamtenmentalität, von der man das Gefühl gehabt hat, dass die die Post irgendwie sehr umschwebt hat, die ist jetzt draußen aus der Post? Ja, draußen. Die Post hat eine DNA. Also wenn man über Jahrhunderte eher eine sehr öffentlichkeitsverwaltungsorientierte Entwicklung genommen hat und die Mitarbeiter auch im Beamtenstatus beschäftigt hat, dann hinterlässt das natürlich die Spuren. Und ich glaube, das Wichtige, was in den letzten Jahren vielleicht beginnend mit dem Börsegang 2006, aber auch in den 15 Jahren, in denen ich hier Verantwortung tragen darf, gelungen ist, ist der Kulturwandel. Der Kulturwandel ist neben allen harten Schritten wie Filialschließungen, Personalrestrukturierung oder Aufnahme neuer Geschäftsmodelle, ist der Kulturwandel das Nachhaltigste und das Wichtigste. Aber wie haben Sie denn herbeigeführt? Ja, indem man eben versucht, sehr marktserviceorientiert zu agieren und eben all das versucht hinanzuhalten, was einen langsam und vergangenheitsorientiert macht. Also man schaut in die Zukunft und man agiert marktleistungs-serviceorientiert. Wobei einerseits natürlich Sie noch viele, wie viel Pragmatisierte haben Sie eigentlich noch? Heute besteht unser gesamter Personalkörper zu circa etwas mehr als 30 Prozent nach wie vor aus Beamten. Die natürlich unkündbar sind. Die sind unkündbar. Das ist aber heute überhaupt kein Thema mehr. Ganz im Gegenteil. Wir haben heute, glaube ich, eine sehr, sehr gute Mischung aus erfahrenen Mitarbeiterinnen, die natürlich die Älteren, die alle im Beamtenstatus sind und jungen, dynamischen Kolleginnen, die jetzt im neuen Kollektivvertrag angestellt sind. Und das gilt für alle Ebenen. Also das geht, das geht von den Führungsebenen bis hin zu den Menschen, die an der Kundenschnittstelle arbeiten, in der Zustellung, in den Filialen. Ich empfiehle das und da sind wir uns ziemlich einig im Unternehmen als sehr, sehr gute Mischung aus Erfahrung und jetzt neuem Aufbruchs, also neuem Blut. Und das ist kein Thema mehr. Ist schwierig eigentlich Leute für die Post zu finden, weil ja alle Firmen noch immer einen Arbeitskräftemangel haben? Die schwierigste Zeit war sicherlich die Pandemie und dann kurz danach. Es ist jetzt wieder viel leichter. Nur haben wir uns als Management mit dem Phänomen Fluktuation auseinanderzusetzen, weil das ja generell früher nicht vorhanden war bei der Post. Wie lange bleibt ein Briefzusteller, also Postzusteller? Naja, wir haben sehr viele Karrieren. Wir haben jetzt eine Kollegin verabschiedet, nicht in der Zustellung, die war 46 Jahre lang bei der Post tätig. Und wir haben sehr viele Mitarbeiterinnen nach wie vor, die über Jahrzehnte tätig sind. Das hört sich auf. Ein Leben lang. Das hört sich auf, weil die Karrieren und die Lebensentwicklungen anders sind heute. Wie lange bleibt so ein junger Postler oder Postlerin? Ich habe jetzt keine Durchschnittszahl und der Durchschnitt ist ja auch immer irreführend. Wir haben, also manche, die sind kurz und sind dann gleich wieder weg. Und dann haben wir aber auch im neuen Kollektivvertrag sehr langjährige Karrieren. Und das ist auch das, was wir anstreben. Damit haben wir uns auch intensiv beschäftigt, um die Fluktuation zu senken. Das funktioniert auch. Inzwischen haben sich die Arbeitsmärkte auch ein bisschen entspannt. Aber wir haben seit vielen Jahren, also kulturelle Veränderung ist sowieso ein laufendes Thema, über die meine letzten 15 Jahre oder immer in allen Unternehmen, die ich bisher geführt habe. Und in den letzten Jahren haben wir uns intensiv mit einem Kulturprojekt beschäftigt. Das eben auf allen Unternehmensebenen. Was heißt Kulturprojekt? Wir haben überlegt, was ist denn das, was wir gern bei unseren Mitarbeiterinnen als Einstellung zu ihrem Job, doch als wichtigen Teil ihres Lebens, was wir da erzeugen wollen oder wie wir die Stimmung haben wollen. Und das war ein partizipatives Projekt, das über zwei Jahre lang geführt wurde und das irgendwie geendet hat mit einem Zielbild, mit einem Wunschbild, das eben aus sinnerfülltem Arbeiten, aber auch Freude an der Arbeit, die Leistung entsteht. Und in diesem Bild ist ganz zentral, dass wir gemeinsam miteinander diese Leistung erbringen. Auf allen Ebenen ist dieser Teamgedanke ganz, ganz wesentlich. Haben auch Sie das Thema, dass sehr viele Junge ohne Betreuungspflichten Teilzeit arbeiten wollen? Wir haben sehr viel Teilzeitigkeit, was ich persönlich aber eher als Vorteil ansehe, als als Belastung. Wir sind ein sehr familienfreundliches Unternehmen. Wir beschäftigen uns intensiv mit Karenzmodellen, auch mit Karenzrückkehrerinnen, aber auch mit Väterkarenz natürlich. Und wir haben Bereiche mit sehr, sehr hohem Teilzeitfaktor, auch hier in der Zentrale, aber auch in der Zustellung, in den Filialen. Und ich glaube, dass so flexible Arbeitszeitmodelle noch wesentlich wichtiger werden für die Zukunft. Also zwei Themen, mit denen wir uns intensiv beschäftigt haben, aber auch weiter beschäftigen werden, ist das ganze Thema ums Homeoffice herum. Das ist natürlich ein Trend, der ist nach der Pandemie schon überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und das zweite ist eben diese flexiblen Arbeitszeiten. Und da ist Teilzeit ein ganz wesentlicher Helfer aus meiner Sicht. Also ich sehe das überwiegend positiv. Warum gibt es eigentlich in der Post, sind lauter Männer in den Führungspositionen? Das ist richtig. Das wird sich aber sicherlich ändern. Ich hoffe, dass unsere nächste Person im Vorstand eine Frau ist. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das der Fall sein wird. Und auf allen Führungsebenen haben wir oder und schauen uns das auch immer sehr genau an, haben wir steigende Prozentzahlen von weiblichen Führungskräften oder Kräften generell. Die Post ist zum Guteil weiblich. In den Führungsregen ist natürlich wie in vielen Unternehmen war das traditionell eine Männertomäne. Die meisten sind Techniker im Logistikbereich. Aber gerade da haben wir auf den nächsten Führungsebenen sehr vielversprechende junge Talente, die weiblich sind. Seit Ihrem Antreten 2009 hat sich das Briefvolumen halbiert, das Paketaufkommen hingegen vervierfacht. Wann wird der letzte Brief geschrieben werden? Das ist eine Frage, die wird mir seit 15 Jahren gestellt. Und ich antworte immer, das weiß niemand. Ich glaube, der letzte Brief wird auch so in absehbarer Zeit nicht geschrieben sein. Was wir sehen, ist natürlich eine Veränderung des Kundenverhaltens, auch der Kundenbedürfnisse. Während Briefe eher jetzt Dinge sind, die wichtiger sind, die eben auch nicht so schnell am Adressaten, an der Adressatin sein müssen, hat sich beim Paket völlig in die andere Richtung entwickelt. Also als ich zur Post gekommen bin vor 15 Jahren, war das Paket ein Produkt, das zwei bis drei Tage nach Aufgeben zugestellt werden musste. Und die Briefe waren alle E plus eins, also am nächsten Tag zugestellt. Die Kunden haben das dann, haben wir jetzt festgestellt, gar nicht mehr gewusst und auch nicht wahrgenommen, weil sie viel weniger Briefe geschrieben haben. Und deswegen haben wir darauf reagiert, dass wir jetzt auch langsamere, oder dass wir die Briefpost generell verlangsamt haben. Man kann einen schnellen Brief schicken, das muss man dann auch bewusst als Expressbrief schicken. Was die Leute in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, weil sie gar nicht gewusst haben, dass der sowieso am nächsten Tag ankommt. So und bei den Paketen hat es sich völlig verkehrt und vom Paket wird erwartet heute, dass es am nächsten Tag da ist. Jetzt ist es nicht ein bisschen so, dass Sie der verlängerte Arm von Amazon und Zalando und selbst von so chinesischen Billiganbietern wie Shine sind? Ja, wir sind der verlängerte Arm des E-Commerce oder wir sind im Geschäftsmodell E-Commerce eben das Unternehmen, das die Logistikleistung erbringt. Und das ist unsere Rolle. Und das ist eben ein Teil dieser Veränderung, über die ich gesprochen habe. Die Digitalisierung hat einerseits unser Briefgeschäft oder ist dabei, das Briefgeschäft auszudünnen und schlussendlich dann vielleicht einmal ganz zu ersetzen. So weit sind wir noch nicht. Und es hat den E-Commerce beschleunigt. Das ist ein Trend und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir ein Geschäftsfeld haben, das schrumpft und ein anderes, das wächst und zwar dramatisch wächst. Und darauf haben wir uns in der Strategie auch eingestellt. Und es ist eben unsere Rolle, Zusteller für die großen Versender zu sein. Was war eigentlich das größte Paket? Weil man hat den Eindruck, auch die Pakete werden immer größer. Die Pakete werden nicht immer größer, ganz im Gegenteil. Wir haben auch sehr viele kleine Pakete. Also gerade E-Commerce durch die schnelle Lieferung und durch gewisse Produkte wie das Amazon Prime, wo die Zustellung ohnehin kostenlos ist, werden die Pakete nicht größer. Aber lassen sich die Leute nicht so fast Tische und ich weiß nicht, was alles schicken. Das ist dann nur riesiger. Aber das Sperrgut hat wenige Prozentanteil. Also das ist natürlich auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Aber unser Hauptthema sind E-Commerce-Pakete. Die sind, ich weiß nicht, im Durchschnitt vielleicht zwei, drei, vier Kilo. Jetzt rät, die letzte Generation will ja alles klimafit haben, bestellt aber trotzdem alles digital. Das heißt, jetzt fahren da LKW, kleine LKW kreuz und quer eigentlich durch die Städte. Wie klimafit ist man da eigentlich? E-Commerce ist in Summe wesentlich CO2 effizienter als der stationäre Handel. Also wenn man sich die gesamte Wertschöpfungskette durchrechnet und das haben nicht wir gemacht, das haben viele Studien gemacht, auch ganz unverdächtige Studien, dann kommt man eben auf einen CO2-Footprint, der 50 Prozent oder 30 Prozent weniger, 50 Prozent weniger oder sogar noch deutlich geringer ist. Als der stationäre Handel? Als der stationäre Handel. Wenn wir jetzt China ansprechen, also auch im stationären Handel kommen die meisten Produkte heute aus China. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber das ist nicht nur ein Zeichen des E-Commerce. Aber ich spare mir auch Logistikschritte in die Filialen, aus einem Lager, Zwischenlagerung. Also E-Commerce und vor allem der, der jetzt aus China auch stark wächst, kennzeichnet sich durch ganz schlanke Geschäftsmodelle, wo viele Wertschöpfungsschritte auch ausgespart sind. Und damit ist es wesentlich effizienter, wesentlich günstiger. Und das ist, das ist halt eine Entwicklung, mit der sich auch der Handel auseinandersetzen muss. Werden nur Briefmarken gesammelt? Ja. Sie haben ja auch sogar Kunsteditionen herausgegeben. Also wir sind in der glücklichen Lage oder wir haben ein sehr aktives Briefmarkengeschäft. Das ist ein kleines Geschäft, aber ein sehr spannendes Geschäft, das wir mit sehr vielen Innovationen, auch mit Kunstmarken immer wieder beleben. Wir haben zum Beispiel sehr lustige Corona-Marken rausgebracht, als ich, als am Anfang der Pandemie eben das Toilettenpapier gesammelt wurde, haben wir eine Briefmarke auf WC-Papier rausgebracht und und und. Also mit sehr viel Freude, mit sehr viel Kreativität und mit sehr viel Hingabe haben wir da ein sehr gutes Geschäftsfeld. Und wir sind in der glücklichen Lage, das wollte ich sagen, dass wir das auch selbst gestalten dürfen. In anderen Ländern ist das ganz anders. Zum Beispiel in Deutschland gibt es eine eigene Regierungsstelle oder im Ministerium ist eine Stelle, die die Briefmarken entscheidet. Also bei uns machen wir das alles im Haus und während in England zum Beispiel der König eine Briefmarke freigeben muss, wo zumindest war das bis vor kurzem so, jetzt ist ja die Royal Mail weiter privatisiert worden, darf das in Österreich der Generaldirektor entscheiden. Und das hat er mit sehr viel Freude die letzten Jahre gemacht. Weil Sie ja sehr kunstaffin auch sind. Jetzt haben Sie sehr viel kritisiert, 32 Stunden, Woche, auch zur Work-Life-Balance sich kritisch geäußert. Haben Sie das Gefühl, dass die politische Debatte in die falsche Richtung manchmal geht bei uns? Also diese Debatte geht sicher in die falsche Richtung, weil es einfach absurd ist und die Argumente sind haarsträubend, die da kommen. Das können einfach nur Leute sagen, die noch nie in einem Unternehmen tätig waren, die keine Ahnung haben von der Materie. Deswegen habe ich die immer schärfstens kritisiert, solche Pauschallösungen. Aber ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, dass flexible Arbeitszeitmodelle ganz, ganz wichtig werden. Das Thema Work-Life-Balance ist ein lebenswichtiges Thema für jeden Menschen. Aber das irgendwie staatlich regeln zu wollen, indem man 32 Stunden vorschreibt oder glaubt, dass darin die Lösung liegt, ist einfach absurd. Und das ist einfach nur von großer Ahnungslosigkeit geprägt, diese Diskussion. Das heißt, wenn Sie entscheiden müssten, eine 41-Stunden-Woche, die auch quasi aufs Tapet gekommen ist seitens der Industriellen Vereinigung, 32-Stunden-Woche, wofür würden Sie sich entscheiden, wenn Sie Politiker wären? Ich glaube, wir sind heute mit den 40 Stunden gut bedient. Die 41-Stunden-Initiative habe ich so nie wirklich verstanden. Aber bitte, das war vielleicht ein bewusst gesetzter Kontrapunkt. Ich glaube, den Rahmen, den wir haben mit 40 Stunden, das ist schon vernünftig. Also ich kann mich nur erinnern, als Schüler in der HTL haben wir 46 Schulstunden gehabt. Da hat sich auch keiner aufgeregt und nebenbei haben wir noch gelernt. Also da ist man schon als Schüler auf deutlich über 50 Wochenstunden Arbeit gekommen. Wenn das einem Schüler zumutbar ist, dann kann es in gewissen Fällen auch in der Arbeitswelt, glaube ich, zumutbar sein. Ist auch realistisch. Und wenn jemand weniger arbeiten will, dann gibt es auch dafür Modelle. Und wie gesagt, das Thema Life-Work-Balance ist ein zutiefst persönliches Thema. Und jeder von uns weiß, wenn er in seiner Arbeit oder zur Arbeit nicht einen gewissen Ausgleich findet, dann funktioniert das langfristig nicht. Das macht krank und so wird man nicht glücklich. Früher hat es immer geheißen, dass es sehr viele Probleme gibt zwischen Postler und Hund. Wie hat sich dieses Verhältnis entspannt? Wie viele Hunderbisse gibt es im Jahr? Ja, es gibt eine Statistik, aber ich muss sagen, das ist kein allzu wichtiges Thema. Es sind so 30, 40 im Jahr und das war noch nie wirklich über 100. Also wenn man sich vorstellt, dass tagtäglich circa 10.000 Mitarbeiterinnen der Post direkt unterwegs sind in die Haushalte, dann ist das eine sehr, sehr verschwindende Zahl. Wir haben uns damit aber auch beschäftigt, aber mehr so ein bisschen als Kunden-Beziehungs-Gag. Dann hatten wir mal eine Kooperation mit dem Hundefutterhersteller, wo unsere Postler dann so Säckchen mit hatten. Mit Leckerlis. Und das ist sehr gut angekommen. Ist aber wieder vorbei. Das war eine Aktion, können wir gerne wieder einmal machen. Eine Abschlussfrage noch. Die Postler waren ja auch ein bisschen immer ein Bindeglied in der Gesellschaft. Das heißt, die sehen natürlich auch am Einblick, ob jemand einsam ist, ob es Probleme gibt. Wie sehr hat man natürlich mit dieser Effizienzsteigerung, die in der Post sicher auch notwendig war, ist man noch Postler der Herzen? Ja, ich glaube, da sind wir schon noch. Wir machen ja laufend Image-Umfragen, wie das Unternehmen darstellt, wie unsere Zustellung gesehen wird, die Filialen gesehen werden. Also sehr detailliert. Und was aber schon immer so war und auch heute noch so ist, ist, dass die Mitarbeiterinnen, die Personen deutlich noch besser beurteilt werden als das Unternehmen. Also das hat sich sicherlich verändert und ich möchte gar nicht verhehlen, dass sicherlich der Leistungsdruck auf unsere Mitarbeiterinnen an der Kundenfront gestiegen ist. Früher war das Bild, das man hatte, sehr durchaus nicht ganz unberechtigt, dass der Postleben zu Mittag fertig war. Und die Zeit ist vorbei. Also unsere Mitarbeiterinnen werden schon ihre acht Stunden gefordert am Tag. Und in vielen Fällen, vor allem in der Hochsaison, geht es auch dann sehr oft in Überstunden. Das versuchen wir wirklich hintanzuhalten. Hochsaison ist Weihnachten natürlich. Hochsaison ist Weihnachten, ja. Das versuchen wir hintanzuhalten. Aber das ist nie wirklich zu vermeiden, wenn sich das Ganze dann noch mit Krankenständen überschneidet. Also die Post muss einfach jeden Tag zugestellt werden, auch die Pakete müssen zugestellt werden. Und das ist dann, wenn es Ausfälle gibt, schon eine große Herausforderung. Das war es immer und das hat sich sicherlich in den letzten Jahren auch verschärft. Herr Generaldirektor, danke für das Gespräch. Gerne. Und Ihnen daheim danke ich fürs Zuschauen. Und in der nächsten Tagesung. Ich frege die DNA anrund 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 ein utfhhh-tool사� assignments in den ersten Jahren integreundan這裡 und in den ersten Jahren. Das war's D NCiken. Gć stake in den DER. BELUNer we mit Ihre Reichte. Vielen Dank.